Fitness mit Marc Folge 428 Herzlich Willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber. Beim ADAC Sportfahrertraining hatte er richtig Spaß, bis er durch seine eigene Fahrweise seekrank wurde. Marc Maslow! Moin Moin, ich bin Marc Maslow, dein Dranbleiben-Fitnesscoach von Marathonfitness.de. Heute reden wir über das A der Marc-Formel, die ausgebogene Ernährung. Lass uns über Kalorien reden. Ist eine Kalorie wirklich immer eine Kalorie? Es gibt ein paar Dinge, die du über Kalorien wissen solltest, wenn du dich mit dem Thema Fitness beschäftigst und wenn du nackt gut aussehen willst. Denn wenn du weißt, wie du die richtige Balance findest bei der Ernährung mit dem nötigen Quäntchen Gelassenheit und zwar ohne, dass dir dein Hungergefühl aus dem Ruder läuft, dann hast du gewonnen. Dann hast du die Kontrolle über deine Ernährung und auch über deine Figur. Und wer sich mit solchen Themen beschäftigt, der wird früher oder später auch über den Begriff der Kalorie stolpern. Vielleicht hast du das auch schon mal gemacht oder tust es, dass du deine Ernährung trackst und Kalorien zählst, wie man das so schön sagt. Und da gibt es ein paar Dinge, die dahinter stehen, die du auf jeden Fall wissen solltest. Und welche das sind, das erfährst du jetzt. Der Werbepartner dieser Folge ist Koro. Ich habe Koro entdeckt, als noch Lockdown war, weil ich gerne Lebensmittel online bestelle. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bestelle gerne große Mengen. Ich zahle lieber ein bisschen mehr und spare dann in Summe. So ähnlich wie aus dem L'Oreal-Film Papa and Deporters, wo er eine ganze Palette voller Senfgläsern bestellt. Ich bin so ähnlich. Ich bestelle große Portionen und das reicht dann auch ein bisschen. Und genau das bietet Koro auch. Die haben qualitativ hochwertige Lebensmittel, die du online bestellen kannst in großen Portionen. Und die reichen dann auch ein bisschen länger. Auf deren Website korodrogerie.de findest du eine riesengroße Auswahl an verschiedenen gesunden Produkten, wie zum Beispiel ein hervorragendes Mandelmus. Oder mein absoluter Favorit sind die Ingwer-Shots, die du in dein Trainingsgetränk reinmischen kannst. Oder eben auch so als Durstlöscher, denn da ist kein Zucker drin. Das ist einfach nur gepresster, abgefüllter Ingwer und einfach wunderbar schmeckt. Und als drittes bestelle ich mir regelmäßig die Soja-Protein-Crispies mit 75% Protein und Kakao. Tolle Möglichkeit, dein Frühstück mit Protein aufzupeppen und es schmeckt einfach genial. Meine Empfehlung, klick dich einfach mal durch, durch das Sortiment auf korodrogerie.de. Und wenn du den Code FMM, wie Fitness mit Marc, beim Bezahlen eingibst, dann bekommst du nochmal 5% Rabatt auf deine Bestellung. Ja, mit den Kalorien ist das so eine Sache. Du kannst zwei Äpfel nehmen und in einer Tabelle nachgucken. Und in der Tabelle steht, diese beiden Äpfel haben exakt die gleiche Energiemenge. Also Kalorienmenge. Ja, und in der Realität variieren sie dann doch. Wenn du genau wissen willst, wie viel Kalorien dein Körper verbraucht und wenn du genau verstehen möchtest, wie der menschliche Körper funktioniert, dann solltest du dich auf den Weg machen und eine sogenannte Stoffwechselkammer besuchen. Von diesen Stoffwechselkammern gibt es ungefähr 30 auf der Welt und jede einzelne davon kostet Millionen von Euro. Da steckt ziemlich viel Technologie drin und diese Messvorrichtungen können ganz genau bestimmen, wie viel Kalorien du auf der einen Seite aufnimmst und auf der anderen Seite verbrauchst. Für die Wissenschaft ist sowas natürlich wichtig. Wissenschaftler bekommen durch solche Vorrichtungen ein besseres Verständnis von bestimmten Stoffwechselerkrankungen, die Menschen bekommen können. Und dazu gehören natürlich auch Dinge wie Fettleibigkeit oder Stoffwechselstörung. Und die Forschung, die in solchen Kammern stattgefunden hat, beantwortet auch die Fragen, die wir uns gerade im Fitnessbereich oder auch im Gesundheitsbereich seit vielen Jahrzehnten stellen, dass Kalorien definitiv eine Rolle spielen. Und wir wissen auch heute, dass Kalorien einer der Hauptfaktoren sind, die beeinflussen, ob Menschen zunehmen oder ob sie abnehmen. Die Frage ist also nicht, ob Kalorien eine Rolle spielen, sondern die Frage ist, sind alle Kalorien gleich? Und die Antwort auf diese Frage lautet, nein, die Kalorien sind eben nicht gleich. Und falls du jetzt gerade keine Stoffwechselkammer in deiner Nähe hast, dann brauchst du dir keine Sorgen machen. Diese Folge hilft dir dabei, genau das Verständnis über deinen Stoffwechsel zu bekommen, das du auch in einer solchen Kammer bekommen könntest. Wir reden darüber auch, wie Hunger entsteht und wie du Lebensmittel so nutzen kannst, dass sie dir Rückendeckung geben. Lass uns dazu mit der ersten Frage starten. Was sind eigentlich Kalorien? Was ist eine Kalorie? Der Begriff Kalorien ist ja inzwischen so geläufig für uns, dass wir eigentlich nur noch selten drüber nachdenken. Wir denken meistens an etwas, was wir essen. Aber die Wahrheit ist, dass eine Kalorie einfach eine Einheit für Energie ist. Genauer gesagt ist eine Kalorie exakt die Energiemenge, die du brauchst, um die Temperatur eines Gramms Wasser um ein Grad Celsius anzuheben. Jetzt fragst du dich vielleicht, was hat die Temperatur von Wasser mit den Kalorien in meinen Lebensmitteln zu tun? Nun, die Wissenschaft bestimmt die Menge von Kalorien in Lebensmitteln, indem sie eine Technik verwenden, die wir alle kennen und die wir vermutlich mal auch alle schon mal aus Versehen angewandt haben. In der Küche nämlich. Das, was sie tun, ist, sie verbrennen die Lebensmittel. Naja, also im Prinzip genau das, wie wenn die Milch überkocht und du so weit weg bist, dass du vergisst, dass der Herd überhaupt noch an ist. Dieser Prozess nennt sich Bombenkalometrie. Und wie der funktioniert, ist ziemlich fasziniert. Als erstes platzierst du ein bestimmtes Lebensmittel in einen versiegelten Edelstahlcontainer, der mit Wasser umgeben ist. Dann wird das Lebensmittel so lange erhitzt, bis es verbrennt. Diese chemische Reaktion erzeugt eine bestimmte Menge Wärme und erhitzt auf diese Weise das Wasser, das den Container umgibt. Ja, und was die Wissenschaftler dann bestimmen, ist, um wie viel Grad die Temperatur des Wassers ansteigt, um dann daraus zu errechnen, wie viel Kalorien das Lebensmittel enthalten hat. Dieses Messverfahren ist auf der einen Seite ziemlich genau und auf der anderen Seite wird es immer seltener angewandt. Die meisten Nährstoffmengen, die du heute in öffentlichen Tabellen findest, werden auf eine andere Art und Weise bestimmt. Anstelle, dass bestimmte Lebensmittel einfach verbrannt werden, bestimmt man die Kalorien, indem man sich genau anguckt, welche Stoffe sind in diesem Lebensmittel drin, in welcher Menge sind sie jeweils drin und dann addiert man das Ganze und kommt so dann auf die Gesamtmenge an Kalorien. Das bedeutet also, dass man sich anguckt, wie viel Eiweiß es enthalten, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Fett, wie viel Alkohol und das Ganze wird dann zusammengerechnet. Das funktioniert, weil die Kalorien in einem Gramm Eiweiß, in einem Gramm Kohlenhydraten, einem Gramm Fett und einem Gramm Alkohol jeweils konstant sind. Jeder dieser Makronährstoffe hat einen festen Kaloriengehalt. Und das kann man sich eigentlich auch relativ gut merken. Eiweiß und Kohlenhydrate haben jeweils die gleiche Menge an Kalorien pro Gramm. Und das sind vier Kalorien. Also ein Gramm Eiweiß enthält vier Kalorien, ein Gramm Kohlenhydrate enthält ebenfalls vier Kalorien. Bei Fett sieht es ein bisschen anders aus und bei Alkohol auch. Die enthalten nämlich beide deutlich mehr Kalorien. Ein Gramm Fett enthält neun Kalorien und ein Gramm Alkohol sieben Kalorien. Ja, und auf diese Art und Weise sind in den allermeisten Fällen die Kalorien in einem bestimmten Lebensmittel berechnet. Ja, und auch das ist immer noch nicht die gesamte Wahrheit. Wie du gleich feststellen wirst, werden bestimmte Makronährstoffe unterschiedlich verstoffwechselt. Und das ist auch der Grund, warum Kalorien eben nicht gleich sind. Bestimmte Lebensmittel, wie zum Beispiel Eiweiß, verbrennen mehr Kalorien während der Verdauung. Und andere Lebensmittel, wie zum Beispiel Kohlenhydratquellen, die Ballaststoffe enthalten, die beeinflussen den Hunger und sie beeinflussen auch, wie viel Appetit du hast. Wir sehen also, du brauchst mehr Verständnis, als nur das Wissen um Kalorien bestimmter Lebensmittel, um zu verstehen, wie du die richtige Balance findest in der Ernährung. Und zwar die Balance, die dich mit einem gesunden Geist Fortschritte machen lässt, also nicht verrückt werden lässt und frustriert, weil du vielleicht mal Heißhunger gehabt hättest, denn das passiert, wenn man sich nur auf die Kalorien fokussiert, sondern wie du bequem Fortschritte machst mit einem guten Gefühl, ohne dass der Hunger zu sehr aus dem Ruder läuft, ohne Heißhunger. All das ist wichtig, um die Kontrolle zu behalten und gleichzeitig Fortschritte zu machen. Und das bringt uns zur nächsten Frage. Lass uns doch mal darüber reden, warum Kalorien eben nicht gleich sind. Warum ist eine Kalorie nicht gleich einer anderen Kalorie und was bedeutet das eigentlich für deine Ernährung? Das, was Menschen häufig verwirrt oder auch verunsichert, ist gerade nicht die Frage, wie viel Gramm eines Lebensmittels, wie viele Kalorien enthalten. Da spielt natürlich eine Rolle, ist dieses Lebensmittel gekocht oder ist es roh? Da gibt es einen Unterschied, aber das ist gar nicht so kompliziert, wenn du deinen Tabellen oder deinen Apps nachguckst, wird das alles berücksichtigt. Das, was Menschen eher verwirrt, ist die Frage, was macht denn der Körper eigentlich mit den Kalorien, nachdem du sie gegessen hast und wenn sie verdaut werden? Der menschliche Körper ist aus meiner Sicht eine der faszinierendsten Maschinen, wenn du es so willst, die die Natur je erschaffen hat. Jeder von uns braucht Kalorien. Du brauchst eine bestimmte Anzahl von Kalorien jeden Tag, um das ausführen zu können, was du jeden Tag eben so machst, wie atmen, von A nach B gehen, nachdenken, Podcast hören, all diese Dinge. Wir brauchen Kalorien, um zu überleben. Dein Körper braucht diese Kalorien und er verdaut und verarbeitet Lebensmittel unterschiedlich, um all die Dinge, all die Bedürfnisse, die er hat, um zu funktionieren, dann auch erfüllen zu können. Wenn wir über Fettabbau reden, wenn wir über Muskelaufbau reden, dann dürfen wir berücksichtigen, dass es eben die Energiegleichung gibt. Das bedeutet, das alte Wissen, das hat jeder von uns, jede von uns wahrscheinlich schon mal gehört, auf der einen Seite der Gleichung haben wir die Kalorien, die reinkommen, auf der anderen Seite haben wir die Kalorien, die rausgehen, ja und die Differenz, die bestimmt dann eben, ob wir Fett abbauen oder Muskeln aufbauen oder das Potenzial zumindest dafür haben. Das stimmt auch auf der einen Seite. Auf der anderen Seite können viele Dinge diese Energiebalance auch beeinflussen, die wir vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben. Und dabei spielt auch die Art der Kalorien, die wir verzehren, eine große Rolle. Und das ist auch der Grund, warum nicht alle Kalorien gleich sind. Lass uns mal darüber reden, wie eigentlich die Stoffwechselrate, also das, was wir an Energie jeden Tag verbrauchen, beeinflusst wird. Unser Metabolismus oder die Stoffwechselrate oder auch der tägliche Kalorienverbrauch, das sind alles Synonyme, also wie viele Kalorien du am Tag verbrauchst. Diese Menge, die können wir in drei Komponenten aufteilen. Das ist auf der einen Seite der sogenannte Grundumsatz, dann haben wir als zweites den thermischen Effekt von Lebensmitteln und das dritte sind Aktivitäten, die wir jeden Tag durchführen. Dazu gehört auch Sport, Training, all diese Dinge. Also Grundumsatz, thermischer Effekt von Lebensmitteln und Bewegung. Was bedeutet das jeweils? Nun, der Grundumsatz, der umfasst all die Dinge, die dein Körper macht, um überleben zu können, um funktionieren zu können und zwar ohne Bewegung. Wenn du einfach nur im Bett liegst den ganzen Tag, dann ist das dein Grundumsatz. Da kommt aber noch was dazu und das ist der sogenannte thermische Effekt von Lebensmitteln. Was ist das? Nun, das ist die Menge an Energie, die dein Körper aufwenden muss, um ein Lebensmittel zu verdauen. Auch das kostet Energie und das kommt obendrauf auf den Grundumsatz. Ja, und dann bleiben noch die Aktivitäten, die Bewegung, das Training, also die Kalorien, die du verbrennst, indem du laufen gehst, indem du Gewichte stemmst, indem du Sport machst oder auch indem du im Alltag dich bewegst, beim Einkaufen, auf deinem Laufbandschreibtisch, falls du sowas hast. All diese Dinge verbrauchen natürlich auch Kalorien und die kommen auch on top auf diese beiden anderen Dinge. Beim Kalorienverbrauch denken die meisten Menschen eigentlich nur ans Training, aber tatsächlich, und das haben viele nicht auf dem Schirm, macht der Grundumsatz 65 bis 80 Prozent der Kalorien, die ein Mensch jeden Tag verbrennt, aus. Das heißt, die restlichen 20 bis 35 Prozent bestehen aus Training, Bewegung und dem thermischen Effekt von Lebensmitteln. Und das bedeutet nicht, das sieht man auch so ein bisschen am Verhältnis, dass die keine Rolle spielen. Gerade der thermische Effekt von Lebensmitteln, der wird häufig gar nicht so beachtet. Wenn wir uns die Makronährstoffe angucken, Proteinen, Kohlenhydrate und Fette, die werden alle unterschiedlich verstoffwechseln. Es macht einen Unterschied, ob du 100 Kalorien Eiweiß isst oder 100 Kalorien Kohlenhydrate. Und das liegt daran, dass Eiweiß einen höheren thermischen Effekt hat als Kohlenhydrate. Und dieser Unterschied, der ist gar nicht mal so klein. Wenn du Protein isst, dann benötigt dein Körper bis zu 30 Prozent der enthaltenen Kalorien, um dieses Lebensmittel zu verstoffwechseln. Das heißt, nehmen wir mal das Beispiel von eben, du isst 100 Kalorien Eiweiß, dann würden möglicherweise nur 70 Kalorien überhaupt deinen Körper erreichen, weil die anderen 30 Kalorien im Umwandlungsprozess, im Verdauungsprozess in Form von Wärme verbrannt werden. Wir können also unterm Strich sagen, das Verdauen von Eiweiß ist ein sehr energieintensiver Prozess. Und das bedeutet auch anders gesagt, dass je höher der thermische Effekt eines bestimmten Lebensmittels ist, desto mehr wird dieses Lebensmittel deine Kalorienbilanz beeinflussen. Nehmen wir auf der anderen Seite mal die Kohlenhydrate als Beispiel. Die haben nämlich einen thermischen Effekt von nur 5 bis 10 Prozent, also ein Drittel bis ein Sechstel des Eiweißes. Und beim Fett ist es noch weniger, da liegt der thermische Effekt nur bei 3 bis 5 Prozent. Das heißt, je nachdem, was du isst, kommt entweder sehr viel der enthaltenen Kalorienmenge an oder eher wenig. Und das ist auch ein Grund, warum Menschen, die mehr Eiweiß essen, in der Regel schneller abnehmen, als Menschen, die halt weniger Eiweiß essen und dafür mehr Fett und mehr Kohlenhydrate. Und das ist ja eigentlich ganz cool, das zu wissen, oder? Und hier könnte die Geschichte schon zu Ende sein, ist sie aber noch nicht. Auch das ist nur ein Teil der Geschichte. Lass uns über Eiweiß reden. Eiweiß kann so eine Art Domino-Effekt auslösen. Und wie sieht der aus? Nun, Eiweiß beeinflusst den Hunger auf eine bestimmte Art und Weise, die gut ist, erstens, wenn du Muskeln aufbauen möchtest und Fett abbauen möchtest. Und das hängt damit zusammen, dass Eiweiß unglaublich sättigend ist. Das bedeutet, eine eiweißreiche Mahlzeit führt dazu, bei gleicher Energiemenge, dass du am Ende dich satter fühlst und weniger das Bedürfnis hast, noch mehr zu essen. Also am Ende dann doch weniger Kalorien isst, als bei einer Mahlzeit, die weniger Eiweiß enthält. Und das ist auch ein Grund dafür, dass hochkalorische Lebensmittel, die häufig auch als leere Kalorien bezeichnet werden. Also Dinge wie Fastfood oder Eiscreme häufig dazu führen, dass wir danach eigentlich immer noch Hunger haben, obwohl wir schon so viel gegessen haben wie eine Hauptmahlzeit. Es liegt also nicht an den Kalorien, die da enthalten sind, sondern es liegt an der Zusammensetzung, also der Art der Kalorien, die enthalten sind. Solche Lebensmittel erfüllen einfach nicht das, was dein Körper braucht, um Sättigungshormone auszuschütten und dir zu signalisieren, das reicht jetzt, das war es jetzt, ich bin zufrieden. Und das Ergebnis ist dann, dass du einfach immer mehr davon essen möchtest, selbst wenn du schon viele Kalorien gegessen hättest. Und verstehe mich richtig, es ist völlig in Ordnung, ab und zu mal Eiscreme zu essen. Ich tue das auch und ich liebe es. Und es ist gut dabei zu wissen, dass es eben damit schwerer ist, satt zu bleiben, zumindest wenn du schon mit Hunger in so eine Mahlzeit reingehst. Und das ist das Coole an Eiweiß. Wenn du eine Mahlzeit isst, die eben viel Eiweiß enthält, dann kann das dazu führen, dass dein Körper Hormone ausschüttet, die auf der einen Seite deinen Hunger dämpfen und auch eine Rolle spielen, wie früh du wieder Hunger bekommst und wie lange du also satt bleibst. Ja, und wenn wir alle diese Faktoren zusammennehmen, dann ist es ja auch relativ gut zu verstehen, warum es leichter ist, in ein Kaloriendefizit reinzukommen, wenn du einfach mehr Kalorien isst. Und zwar mehr Kalorien, die aus Eiweiß kommen. Die Gründe liegen auf der Hand. Sind wir jetzt durchgegangen, Eiweiß verbrennt mehr Kalorien, und zwar in Form des thermischen Effekts des Lebensmittels. Bei der Verdauung verbrennt Eiweiß zusätzliche Kalorien, reduziert dann auf der anderen Seite die Menge an Kalorien, die in deinem Körper überhaupt ankommen. Und zwar nicht nur durch das, was du isst, sondern eben auch dadurch, dass es dich satt macht, besser sättigt und auch länger satt hält, sodass du vielleicht die nächste Mahlzeit erst später isst oder eben später erst Hunger bekommst. Lass uns also nochmal zusammenfassen. Und es ist ganz cool, wenn man die Zahlen so im Hinterkopf hat. Der thermische Effekt von Fetten liegt bei 3 bis 5 Prozent der Kalorienmenge, der thermische Effekt von Kohlenhydraten bei 6 bis 8 Prozent und der von Eiweiß bei 25 bis 35 Prozent. Und das ist jeweils die enthaltene Menge an Energie, die dein Körper aufwenden muss, um diese Nährstoffe überhaupt aufzunehmen. Ja, und zum Eiweiß gibt es noch eine Sache, noch einen Vorteil. Wenn du trainierst, und das ist ja immer eine gute Idee, gerade wenn du Krafttraining machst, aber auch wenn du andere Arten von Sport machst, dann braucht dein Körper zusätzliches Eiweiß, um zu regenerieren, um beschädigte Muskulatur wieder aufzubauen, um Gewebe wieder aufzubauen, zu reparieren und dann eben auch zusätzlich Muskeln aufzubauen und dir so einen guten Trainingseffekt zu bescheren. Protein ist nicht der einzige Makronährstoff, der dich satt hält. Es gibt auch andere Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel die Ballaststoffe. Ballaststoffe findest du in Kohlenhydratquellen, natürlich in Gemüse, in Obst, aber auch in anderen Kohlenhydratquellen. Und Ballaststoffe sind unglaublich effektiv, um dich satt zu machen, ohne allzu viel Kalorien zusätzlich in eine Mahlzeit reinzugeben. Die meisten ballaststoffreichen Lebensmittel haben eine niedrige Energiedichte und das bedeutet, dass du davon relativ viel essen kannst, ohne zu viel Kalorien zuzuführen. Deswegen ist es eine gute Idee, wenn du ein Gefühl dafür entwickelst, was für Lebensmittel das denn sind, die dich satt machen, die dich satt halten. und dadurch machst du es dir selbst leicht, dran zu bleiben, Fortschritte zu machen, ohne dich allzu sehr einschränken zu müssen. Denn das Ziel mit jeder Art von Fitnessernährung ist aus meiner Sicht, nicht dich einzuschränken, sondern dir mehr Freiheit zu geben. Indem du dich also darauf konzentrierst, wovon du künftig mehr essen darfst, und damit meine ich, dass 50% deiner Lebensmittel, also 50% deines Tellers, wenn du dir das so vorstellen willst, mindestens aus Eiweißquellen und Gemüse bestehen sollten. Und so bekommst du dann genug Eiweiß und du bekommst auch genug Ballaststoffe. Und damit erhöhst du die Wahrscheinlichkeit dramatisch, dass du satt bleibst und nicht zu viel Kalorien aufnimmst. Das wäre also so eine Art erster Schritt, und wenn du dann noch einen Schritt weiter gehen willst, dann orientiere dich gerne an dem Tellermodell aus meinem zweiten Buch, der Looking Good Naked Power Küche. Da ist meine Empfehlung sogar 50% Gemüse mit jeder Mahlzeit zu essen und ungefähr ein Drittel einer mageren Proteinquelle. Und das Schöne daran ist, dass du damit immer noch die Möglichkeit hast, andere Dinge zu essen, die dich vielleicht in einer größeren Menge nicht so gut voranbringen würden, weil sie eben eine höhere Kaloriendichte haben und die vielleicht auch nicht so viele Mikronährstoffe enthalten, aber die dich vielleicht auf einer anderen Ebene zufrieden machen. Obwohl 100 Kalorien von Hähnchen zum Beispiel einen Unterschied machen gegenüber 100 Kalorien eines Schokoriegels. Und ja, im Labor sind beides die gleiche Energiemenge, aber in der Realität befinden wir uns eben nicht im Labor. Und meine These ist, wir alle, zumindest gilt das für mich an dieser Stelle, können deutlich mehr Schokoriegel essen als Hühnchen zum Beispiel. Und das bringt mich auch fast schon zum Ende dieser Folge. Ich möchte nochmal auf den Begriff Freiheit eingehen. Eine ausgewogene Ernährung, die dir Fortschritte bringt, die gibt dir auch die Freiheit, das zu essen, was du liebst. Wenn also der Schokoriegel, der vielleicht 100 Kalorien enthält, nicht dazu führt, dass du dann noch 10 mehr davon isst, dann würde ich mir an deiner Stelle überhaupt gar keine Gedanken über diesen Schokoriegel machen. Und dann ist es das auch nicht wert, sich damit zu stressen. Und wenn du schon länger zuhörst, dann weißt du, was jetzt kommt. Ich bin ein Riesenfan der 90-10-Regel. Das heißt, 90% der Dinge, die du jeden Tag isst, sind nährstoffreiche Lebensmittel wie Gemüse, Obst, hochwertige Fettquellen, Eiweiß natürlich und Ballaststoffe. Ja, und die übrigen 10%, die kannst du machen, was du willst. Das dürfen gern Lebensmittel sein, die wir vielleicht nicht unbedingt als gesundheitsfördernd ansehen, aber die einfach Spaß machen. Und das ist dann eine Art von Ernährung, die dir die richtige Balance gibt. Auf der einen Seite, die dich zufrieden macht, wenn du dich erstmal an diese Art der Ernährung gewöhnt hast. Denn es geht ja auch darum, Gewohnheiten aufzubauen. Ja, und am Ende erreichst du damit auch die Ergebnisse, die du dir wünschst, ohne dabei auszubrennen. Und genau das wünsche ich dir diese Woche. Gute Ergebnisse, viel Energie und ein starkes Training. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über Apple Podcasts, Spotify oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Denn die beste Möglichkeit, dran zu bleiben, ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder dein Lieblingsgerät liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf Apple Podcasts gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst. Oder du gehst auf www.marathonfitness.de schrägstrich Podcast und klickst dort auf Abonnieren. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf Apple Podcasts oder auf Spotify, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein. Versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Also, kennst du jemanden, dem dieser Podcast helfen würde? Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine weitere Empfehlung.